Hallo, hier ist Hund unterwegs. In diesem Video stellen wir Ihnen die Hovercraft Frisbee-Scheibe vom Outdoor-Spezialisten der Firma Ruffia vor. Die Hovercraft Frisbee ist sehr robust und wird Ihnen und Ihrem Hund lange Freude bereiten. Beim Spaziergang mit dem Hund kann die weiche Scheibe einfach in die Tasche gesteckt werden und ist trotzdem schnell wieder in Form für weite Würfe. Es gibt die Frisbee-Scheibe in zwei unterschiedlichen Größen. Die Größe S hat einen Durchmesser von 15 cm und die Größe L einen Durchmesser von 23 cm. Auch unterschiedliche Farben, alle in gut sichtbarem Design, sind erhältlich. Das Gewicht der Frisbee beträgt ca. 100 Gramm. Dieses geringe Gewicht erhöht die Flugweite. Um jedoch das Optimum an Wurfentfernung zu erreichen, muss man sehr viel üben. Die Scheiben sind aus Ballistikneilung gearbeitet. Ein besonders haltbares Material, welches gegen Abnutzung und Risse schützt. Ebenso ist das Ballistikneilung wasserabweisend, was die Frisbee, auch wenn sie öfter im Wasser landet, leicht bleiben lässt, da sie sich nicht mit Wasser vollsaugt. Die komplett weiche und leichte Konstruktion verletzt weder die Zähne noch den Gaumen ihres Hundes. Auch ihre Finger sind geschützt. Der weiche Rand ist mit reflektierendem Material genäht und ist dadurch selbst bei schlechtem Wetter super zu sehen. Schöne haben wir mit dem Schmutzhäten berücksicht. Der weliche Riechkere ist mit einem Schmutzhäten berемся. Der weiche Rand ist mit den Gaumen ihres Hundes. Der wirkinderen gerät. Die schmutz機 müssen feuchte, Der wir vorsichtig die Einladung. Der wir mit unserem Schmutzhäten bericht unsicher. Die schmutzgeer sind mit dem Schmutzhäten bericht. Musik Viel Spaß beim Spielen mit der Hovercraft Frisbee, ob im Wasser oder an Land, wünscht Ihnen Ihr Hund Unterwegs-Team.